Noch nie haben Menschen so viel gewusst wie heute. Noch nie hat Wissenschaft so tief in natürliche Phänomene Einblick gewonnen. Das Problem, was wir haben, ist also eigentlich gar nicht ein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir wissen nicht, wie wir diese wunderbaren Erkenntnisse, die wir inzwischen über uns selbst gewonnen haben, in unsere Lebenspraxis umsetzen können. Wir versuchen immer erfolgreich zu sein, um bestimmte Dinge voranzubringen und vergessen dabei allzu leicht, dass es weniger auf den Erfolg ankommt als auf das langfristige Gelingen. Und dieses wunderbare Zauberwort Gelingen, das wir im Deutschen haben, beschreibt eigentlich etwas ganz Großartiges. Es beschreibt, dass wir wissen, wie etwas sein könnte. Wir benutzen das Wort ja immer dann, wenn es sehr kompliziert wird. Eine Partnerschaft kann gelingen, Bildung kann gelingen, ein Leben kann gelingen, ein Zusammenleben kann gelingen. Und wir wollen Ihnen an Beispielen zeigen, dass es in unserem Land Menschen gibt, die sich darum bemühen, dass in den Bereichen, in denen sie arbeiten, etwas gelingt. Und aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, eine DVD-Reihe zu machen mit Vorträgen. Und wir haben Menschen dazu eingeladen, die es geschafft haben, in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet etwas zu gestalten, wo wir sagen können, hier sind Beispiele des Gelingens. Und diese Beispiele des Gelingens möchten wir Ihnen gern in dieser Reihe vorführen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Film. G18 뭐가ici? G19 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 8 G20 G20 G19 G21